Einen Tag in Osaka. Ja, wir sind gerade bei einem riesen Ferris Wheel gewesen, das war, mir flackern immer noch die Knie, ja, wir gehen jetzt essen und ich werde euch einfach mit dem, was ich heute so im Laufe des Tages so schnaboliere. Let's go. Das wird nice. Ich habe mir das hier bestellt. Das ist glaube ich so Fried Chicken mit Ei und Reis und also Kram. Mal gucken, wird bestimmt gut. Muss ich berichtigen, es ist Schwein. Ich weiß nicht, wie ich drauf gekommen bin, dass es Chicken ist, aber es ist Schwein. Das ist mit Ei und irgendwie super heiß und mit Reis und das ist alles so ein Set und ich glaube, es ist geil. Greif zu, Brudi. Heiß. Mhm, das ist nice. Werden wir jetzt erstmal aufessen und dann gucke ich mal, ob ich noch ein Wort dazu verliere. So, so wäre draußen. War ganz okay. Nicht die beste Qualität vom Fleisch, aber das war das, was ich gebraucht habe. Wir waren gestern halt ja ein bisschen feiern und trinken und so und deswegen, das war sehr umfangreich, sagen wir so dementsprechend. War gut, war gut, war gut. Ich glaube so drei von fünf würde ich geben. Die Mango ist einfach frisch gepflegt worden, so schmeckt die auf jeden Fall. Ich habe Angst. Ja, wir können auch nicht lesen, ne? Das ist was anderes als das, ne? Hört jemand von euch kurz falten, ich will auch was bestellen. Oh, das ist Soft, das ist Ice Cream. Ich will das bestellen. Ich wollte es gerade auf den Kupfer werfen. Habe ich aber auch gemacht. Ja, aber du hast es am Stäbchen fest, gerne, hab ich gesehen. Das ist, was habe ich bestellt? Purple Street Potato Tofu. Also ich habe wirklich das abgefahrenste, was es dort gab, genommen. Und ich bin sehr gespannt, ja? Und seitdem wir uns angestellt haben, ist so eine Schlange, by the way. Ey, was soll ich sagen, wir sind es einfach. Aus deinem Proof. Oh? Was ist das? Schmeckt abgefahren. Nimm nur einen ekelhaften, versipften Löffel von meinem Eis, Alter. Wir werden dann ein Upgrade für dich. Ist gut. Ist auf jeden Fall gut. Schmeckt nicht nach Potato. Sehr cremig. Soft. Aber ist nice. Top. Maki-Boy bekommt sein Bananas-Split-Eis. Oh yeah. Ne, nicht jetzt. Nice. Sieht gut aus, oder? Das sieht besser aus als die Person vor der Kamera. Boah. Super nice. Und gar nicht so süß, wie ich dachte. Geht echt fit. Super gut. Top. Top. Gegen das Dues ist das echt gut, aber... Oh, herzlich. 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 Schön salzig. Das ist kalt. Ja, schmeckt wie... Weiß nicht... bei Oma beim Grillen oder so. Oh, herzlich. Das ist ganz okay. Oh, herzlich. Ein bisschen Reis muss sein. Oh, herzlich. Oh, herzlich. Oh, herzlich. Oh, herzlich. Die sind verdammt gut. Die sind verdammt gut. Ja, da haben wir gestern schon ausverkauft. Absolut. Kein Wunder. Das ist nice. Und jetzt haben wir hier noch einmal... Das ist die hausgemachte Soße. Das ist das letzte, was ich heute esse. Und zwar sind das... Oder wie heißen die? Ich weiß es nicht mehr. Das ist ein Oktopusbällchen, kann man so sagen. Ich habe braune Soße und Mayo drüber. Ein bisschen Lauchziebeln. Und ich habe die tatsächlich schon heute Morgen einmal probiert. Die war ganz okay. Aber der Stand hier, bei dem ich das geholt habe, der soll wohl sehr, sehr gut sein. Denn tatsächlich war da fast immer eine Schlange. Und deswegen testen wir es jetzt aus. There we go. Nooo. Es sieht schon echt blöd aus. Aber es liegt daran, dass es jetzt ungefähr eine Viertelstunde hier einfach rum lag. Weil ich halt erstmal Akku und so aufladen musste. Deswegen ja. Sehen nicht mal ganz so hübsch aus. Aber das soll natürlich den Geschmack nicht mindern. Den guten Geschmack. Und die Präsentation tatsächlich sah schon krass gut aus, wenn du es vor Ort gegessen hast. Beziehungsweise mit diesen... Die legen das in so Schiffchen oder sowas in der Richtung. Ich bin übrigens todesmüde. Vier Stunden geschlafen. Absolut betrunken gewesen. Und jetzt gucken wir mal. Okay. Das ist so ein Bällchen. Itatakimasu. Okay. Ja. Die sind auch besser als heute morgen. Safe. Ja. Ist schon geil. Ist schon geil. Ich versuche euch mal ein bisschen Oktopus zu zeigen. Hm. Wollen wir das sehen. Das ist Oktopus hier tatsächlich. Da. Das hier ist Oktopus. Was? Ja. Ich muss sagen. Das schmeckt gar nicht so schlecht. Kann man machen. Also ich werde das nicht täglich essen oder sowas. Aber ich finde die eigentlich ganz cool. Vor allem als Snack. So mal zwischendurch. Ähm. Aber ich werde mich jetzt hinhauen. Ich werde noch ein oder so essen. Und dann mache ich mich bettfertig. Die anderen beiden sind noch irgendwie unterwegs. Besorgen. Tätigen. Da werde ich mich hinhauen. Ich werde noch irgendwas gucken. Und dann werde ich schlafen. Das war's. Mit meinem. Alles was ich an einem Tag in Osaka esse. Hm. Ich hoffe es hat euch unterhalten. Falls ja, lasst gerne ein Like da. Und kommentiert irgendwas Nettes. Würde mich sehr freuen. Bis dann. Tschüss.